Gabriela sah durch die weit geöffnete Flügeltür hinaus auf den Weinberg ihres Vaters, der sich fast bis hinunter zu den Dächern des Dorfes erstreckte. Die Nachmittagssonne lag auf den alten Ziegeln und färbte sie tiefrot, und der leichte Wind bauschte die Vorhänge aus cremefarbener Rohseide, die Gabriela gleich nach ihrem Einzug in dieses Zimmer mitsamt den spitzengefassten Gardinen zur Seite gezogen hatte. Sie hörte die leisen Schritte, die zögernd die Holztreppe heraufkamen. Unwillkürlich musste sie lächeln. Sie hatte Flavio vor acht Tagen auf der Beerdigung ihres Vaters gesehen. Er hatte wie alle Dorfbewohner schweigend dagestanden, als der Sarg in die toskanische Erde gesenkt wurde und der Pfarrer seinen letzten Segen sprach. Durch den Spalt der offenen Holztür sah Gabriela, wie Flavio eine Zeit lang vor ihrem Zimmer stehen blieb. Er hatte die Arbeit seines Vaters übernommen und sicherlich hatte der ihm ein paar Ermahnungen mit auf den Weg gegeben, bevor er zur Sandsteinvilla des Alten konnte, den es ja nun nicht mehr gab, aufgebrochen war. Schließlich hob Flavio die Hand und klopfte gegen das schwere Holz. Es hörte sich dumpf an, und Gabriela sah, dass er die Hand nicht sinken ließ. Offensichtlich ging er davon aus, dass er ein zweites Mal würde anklopfen müssen. Es ist offen, rief sie. Er schob die Tür auf und kam Forscher herein, als sie vermutet hatte. Vor dem großen Bett blieb er stehen und deutete mit einem knappen Kopfnicken eine Verbeugung an. Es war seinem Blick anzusehen, dass er bei dieser Bezeichnung bleiben würde. Die Dorfbewohner hatten sie immer so genannt, was an der Vergangenheit des Hauses lag, nicht an seinen Bewohnern. Wer dort wohnte, war automatisch der Graf. So wie schon die hundert Jahre zuvor. Ich habe mir ihre Heizung angesehen, begann Flavio und versuchte, seine Augen nicht über das große Bett wandern zu lassen, dessen linke Seite leer war. Ein weißes Laken, ein aufgestelltes weißes Kopfkissen, keine Decke, nichts. Gabriela klopfte sanft mit ihrer Hand neben sich. Setz dich zu mir, oder leg dich, wie du willst. Er sah an seinem schwarzen Kehranzug herunter. Gabriela betrachtete ihn. Sie kannte ihn noch als kleinen Jungen, der seinem Vater stets wie ein junger Hund hinterhergelaufen war. Es war damals schon klar gewesen, dass er irgendwann in dessen Fußstapfen treten würde. Doch seit sie nach New York gegangen war, hatte sie ihn nicht mehr gesehen. Das war nun gut sieben Jahre her. Und bei der Beerdigung hatte sie Flavio nur erkannt, weil er neben seinem Vater gestanden hatte, der zwar grauhaarig geworden war, sich aber sonst kaum verändert hatte. Flavio dagegen schon. Aus dem schmächtigen kleinen Burschen war ein stattlicher junger Mann geworden. Du kannst deine Uniform ausziehen. Ich nehme an, du trägst noch etwas darunter. Sie sagte es mit leicht neckischem Unterton und er lief sofort rot an. Wir haben das nicht geglaubt, sagte er. Was? Das, was sie bei der Beerdigung gesagt haben. Sie sahen einander kurz in die Augen, dann senkte er den Blick. Gabriela setzte sich unter ihrer leichten Sommerdecke an die hintere Bettlade und umschloss ihre angewinkelten Beine mit den Armen. Ich habe gesagt, dass mich mein Job in New York völlig ausgebrannt hat, dass ich im Moment mit der Welt fertig bin und mich für die nächste Zeit nicht mehr aus meinem Bett fortbewegen werde. Wer was von mir will, muss zu mir kommen. In mein Schlafzimmer, in mein Bett, egal. Und dass dies keine intime Einladung ist, sondern eine freundliche Aufforderung. Sonst nichts. Aber doch eher ungewöhnlich. Er stand noch immer unbeweglich da, den rechten Daumen in der goldenen Schnalle seines schwarzen Gürtels. Mag sein. Ich brauche aber keine neue Heizung. Offensichtlich hat es die alte all die Jahre über auch getan. Sein Gesichtsausdruck veränderte sich. Die Anspannung fiel wie eine Maske von ihm ab. Ein Lächeln zog sich von seinen Lippen über die Wange nach oben zu den Augen. Und auch seine Schultern entspannten sich. »Mamma mia«, sagte er. Dann öffnete er den Gürtel. »Mamma mia«, sagte er.